UNTERTITELUNG Du bist hier gefangen Was ist? Wirst du dich verlieben? Nee, keine Bange, das kann ich nicht Was würden Sie sagen, wenn ich Sie frage, ob Sie mir in ein nahegelegenes Hotel folgen? Wäre ich zu schwer? Ja Hallo Grüß Sie Hallo Habt ihr Vater und Kind gespielt? Ja, hab ich auch nicht gemacht Was sind alliierte Sicherheitsdienste? Bei euch sind das die Russen, hier die Armys, Franzosen und Engländer Und weil die sich nicht vertrauen, hat jeder seine Spionich Die Sicherheitsdienste Und was machen die sicher? Wem soll ich vertrauen? Warum bist du eigentlich immer da? Soll ich mich von euch fernhalten? Vielleicht Sie haben die DDR verlassen Warum? Ich sage Ihnen, warum ich aus der DDR weg wollte Wegen solcher Fragen Ich danke dir! Vielen Dank.